hallo und herzlich willkommen zurück zu outlast 2 ja dank dem dass die speicherpunkte dreck bewirken bei mir ich weiß nicht wie es bei euch aussieht habe ich jetzt hier wieder drei batterien und bin mit einer vollen batterie gestartet im luftschutzbunker genau im luftteil genau jetzt bin ich wieder hier wo wir aufgehört haben meiner meinung nach und legen gleich wieder los da vorne ist jessica genau nur dass ich das richtig sage bei der lüftung genau da würde ich sagen legen wir gleich wieder los ist alles blockiert wäre so die scheiss batterie nervt und dann wir wieder einer rein so dann ist sie voll will ich da rein will ich da glaube nicht ich glaube nicht verstecken ja das wäre die option pro was sind das für hände ok sind schon wieder alle weg alles klar ja hier hände wo seid ihr nicht da das ist auch gut so ist auch gut so so gucken wir weiter anscheinend müssen wir hier durch jetzt weißt du nicht komm stär auf komm mach auf mach auf alter lass dir noch mehr zeit komm komm drüber 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 na wie wärs du und ich drüber hier wir weiter drüber verschlossen ok weiter geht's ok lauf schneller lauf schneller wer ist auch noch einer laufen wir hier los lauf schneller Sie ist genau hinter uns Lauf schneller, lauf schneller Alter, warum läufst du nicht? Ja, kriege ich noch auf dem Boden Da ist eine offene Tür, da ist ein Brunnen wieder Alles klar, wir sind wieder weg von der Schule Komm, gib Gas, Alter Alles klar Wir haben einen Moment Ruhe derzeit Ah, das willst du Auf jeden Fall Leck mich fett Okay, 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 genau Um das Bett, um das Bett, um das Bett Komm Ah, der sieht mich doch Du siehst mich nicht Dann pushen wir uns von Bett zu Bett Das wird nett Alles klar Können wir abschließen Sehr gut Okay Ich höre Schritte Die Taschenlampe hört auf Boah, ich dachte schon, er ist da So Super Alles klar Ich glaube, die haben uns nicht gesehen, dass wir da rein sind Und auch nicht gehört Und sonst was Ist klar Die Tür ist blockiert Klar Oh Gott, oh Gott, oh Gott Will ich da wirklich? Muss ich da wirklich? Ah, rückwärts Ah, noch ein Wandschrank Den hauen wir auch gleich ab So, dass wir es gemacht haben Alles klar Alles klar Ich will jetzt nicht herausfinden Aber wir müssen Er ist noch da Ist ganz sicher noch da Oh, die Melodie hier Langsam Langsam Ja, er läuft schon blau an Ist schon wieder da Alter Jetzt aber, komm Verlassen Und dann Nein Wieder Alter Alter, nein Alter Alter, wo geht's denn? Daneben Alter, daneben Leck mich Schnell, ruhig, schnell, ruhig Da, Schrank Auf, schneller H zum Heilen Oh, nicht F Sonst seh ich nichts Oh nein Was machst du? Sie sind durchgebrochen Sie sind durchgebrochen Komm, wir das Komm, wir das Wer ist das? Alter, der kommt gleich Musst du die Aufnahme hier machen? Musst du? Du musst Alles klar Alles klar Du hast Alles klar, komm Weiter geht's Nachladen der Batterie Können wir den Schaft wieder? Nö Nö Sonst Sonst machen wir uns Den Weg selber wieder zu Will ich nicht Wo sind wir hier? Alter Was ist das? Ah, Sch*** Ja, definitiv Ich sehe auf jeden Fall Niemanden Ich sehe auf jeden Fall Niemanden Außerjunken Sind ein paar Frauen Im Loch Ich weiss noch was Gott weiss Was ich getan habe Und er zwingt meinen Blick darauf Wenn ich schwach bin Und Angst habe Es war nicht meine Schuld Dass Judah Nicht schwimmen konnte Oder dass er mich nehmen wollte Ich hätte ihn gerettet Hätte ich die Kraft gehabt Ich hätte ihn gerettet Hätte ich die Kraft gehabt Ich zweifle nicht an dir Herr Doch bitte zwinge mich nicht Tag wie Nacht Von solchen Träumen Heimgesucht zu werden Ich kann nicht mehr Trinken zählen Nimm meinen Tod als Buße Denn ich trage Papa Nott Nott's Kind Und Leideschmerzen Wie ich sie Noch nie kannte Das Kind in mir Muss der erste Mohn sein Der bei den Albträumen Und dem Leid In und um mir Ich bin dein Schön Ja Hinlegen Steht noch Linke Maustaste Ich drücke alles andere Nur nicht links Ich bin nervös Anscheinend Wären wir jedoch In Ruhe gelassen Anscheinend Viel Batterien Sagt unser Management Oh Eine Batterie Okay Wir müssen sparsam sein Zwei Batterien Okay Wir dürfen sie vergeuden Wie nix Juhu Bisschen Licht ins Dunkel machen Ist da was verschlossen? Nö Blockiert Alles klar Eine Batterie Ich hab eine Batterie Werkzeuge Ja da braucht man Batterien Ja da braucht man Batterien Ist das hier wo wir waren? Ich glaub das ist genau hier Was sollte es denn sonst sein Alter Fragt noch Dünner Nein Bin ich nicht Verdammt Leg mich Wow Alter Nein Bin ich nicht Leg mich Das ist doch nicht schrecklich Hamburg Schrecklich doch Dann geh ich zurück, weg mich. Wenn ich jetzt hier suche, bin ich weg. Wie passt euch das? Ich weiß, jetzt laufe ich wieder alles zurück. Vielleicht muss das so sein. Alles klar, ich komme gar nicht weiter. Oh Gott, wenn der Typ jetzt da drüben ist, bin ich am Arsch. Dann bin ich am Arsch. Alles klar, er ist weg. Er ist weg. Ich habe ihn nicht gesehen. Da müssen wir hin. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich kann mich heilen, ohne Probleme. Du machst mir keine Angst. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Und die Kautenung eines Engels Gottes. Super. Ein Genuss super. Wie soll ich jetzt... Ich bin in der Sackgasse. Ich hab's keinen Sinn. Breit tot? Nö. Na ja genau. Hauen wir nochmal ab und schauen ob er wieder Ruhe lässt. Dann müssen wir uns verstecken. Vielleicht bringt das was. Nö, bringt nichts, alles klar. Komm, dann stellen wir uns MC Gott in dem Tod. Zuerst Batterien nachladen hier, der Logo ist ja noch da. Leck mich, fuck. Und der Kalender ist ein Engel Gottes. Gleich schlägt er sich dir selbst. Das wäre auch cool. Oder runterspringen. Komm, spring runter. Runter, hier. Ich zeig dir, wie. Komm, ich helfe dir. Vielleicht. Wir kommen nicht mehr. Okay, wir kommen nicht weiter. Okay, alles klar. Mässt's. Freitod wäre die einzige richtige Option gewesen. Dann hätte ich mich nicht machen. Nö, bin ich nicht. Ist verschlossen, alles klar. Da geht's noch hoch. Da geht's noch hoch. Da geht's drunter. Ja, da geht's nicht. Nein, leck mich. Das stimmt gar nicht. Leck mich. Leuchte mir den Weg. Damit ich weiß, wohin. Okay, wir haben es irgendwie. Oho, der ist genau hinter uns. Wie bist du? Danke. Nicht wieder. Lass mich zuerst durch. Jetzt kannst du wieder. Ein Typ mit der Taschenlampe. Bitte. Klar. Aho. Alles klar. Wo geht's hin? Alter. Wo geht's hin? Aua. Aua. Alter. Alter. Lass mich. Lass mich. Was? Interagieren mit dem Boden? Super, super. Ganz cool. Ich bin tot. Ganz cool. Das muss man sehen. Das muss man zuerst auch wissen. Alter. Nein, ich bin schon wieder von da. Komm, lauf. Na, he's in der Haus. Haus. Ist doch der Haus. Ich bin doch der Haus. Ihr habt ja recht. Ich hau ab. Nur weil ihr recht hattet. Aua. Okay, da über den Zahn. Hüpf. Hüpf, hüpf, den Zahn. Genau. Okay, alles klar. Da, drunter. Leck mich. Ja. Kannst dir noch mehr Zeit lassen, oder? Zum Runterkriechen. Alles klar. Komm, lauf. Lauf. Kriech, meine ich. Nicht lauf. Schneller. Wieder die Heugabel. Komm, lauf. Da leuchtet es so schön. So. Gleich mit dem Boden hinterher. Los. Interagier doch endlich so. Du, ich. Alter. Mutter, 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 Mutter. Na, geh durch, Alter. Anscheinend haben wir sie abgehängt. Es wird still. Ruhe. Ruhe und Gelassenheit. Hoch kommen wir nicht mehr. Okay. Alles klar. Wir haben es geschafft. Hallo. Ein bisschen Licht. Ohne sieht man nicht. Komm. Motterie. Auch sehr schön. Wieder eine Batterie mehr. Okay. Unser Verbrauch. Verbrauchsmanagement. Sie ruft schon, die Batterie. Wechsel mich. Wechsel mich ein. Ich spiele ein Tor. Wechsel. Okay. Feinde haben wir hier keine mehr. Im Moment. Das sieht sehr schön aus. Verhält mir. Papier ist kosten... kostbar. Jegliche Nutzung für Zwecke, abgesehen vom Kopieren-Knotz-Evangeliums, muss von einem Diakon genehmigt werden. Auf das Stehlen oder Verschwenden von Papier steht die Blutstrafe. Alles klar. Und wer hat diese Regel hier auf ein Viertelblatt Papier geschrieben? Blutstrafe. Los. Schön. Jetzt schon nachladen. Wie viel haben wir noch? Schnell gucken. Die Papier muss sich nahe sein. Okay. Okay. Das ist schrecklich. Ein Auge offen. Das ewig wachende Auge. Im Spiel. Schön. Und das muss man auch spielen. Nichts da. Weck mich. Schrank. Ich habe nicht gesehen, was mich da verfolgte oder was es war. Aber ich glaube, hier sind wir sicher. Moment. Kurz in die Richtung gucken. Ich höre nur die Fliegen. Mehr höre ich nicht. Wahrscheinlich war es wirklich für gar nichts. Und ich schiebe Paranoia. Gekommend schiebe ich Paranoia. Ja. Kommt, sag Dich doch. Ich kriech mal wieder. Ich kriech mal wieder auf Augenhöhe mit Kacklaken. Siehst Du was? Ich sehe nichts. Die Tür ist auch blockiert, also da kommt man gar nicht hin. Alles klar. Don't be afraid. You are going to heaven. Seid nicht ängstlich oder traurig. Geh zum Himmel. Alles klar, schön für den Himmel. Weniger schön für die anscheinend ganze Schulklasse hier. Ich seh so nix. Und wieder die Hexe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir gehen zuerst hier oben mal gucken, was es gibt. Licht. Es gibt Licht. Ach, die Alte sinkt schon wieder. Schrecklich. Wenn die Alte sinkt, dann ist das Monster nicht weit. Würde ich sagen. Ja, komm. Das Monster da. Ihr wisst, was ich meine da, wenn ich sage Monster. Ziel. Die Kinder sollen ihre Pflicht nicht fürchten, sondern sich da an ihr erfreuen, denn sie sichert ihnen einen Platz im Himmel. Denk daran, im Himmel ist kein Schmerz. Papa gab dir Leben und dein Leben ist sein. Gott gab dir Leben und dein Leben ist sein. Du kannst der Feind sein, ohne es zu wissen. Angst ist die Waffe des Feindes. Gott kennt den Weg. Beschäftigung studieren. Der Wal rettet Jonah vor dem Ertrinken. Alles klar. Jesus in der Wüste mit Satan. Seid gegrüsst. Abraham tötete Isaac im Herzen. Okay, ja wo denn sonst, ne? Projekt. Engel zeichnen. Juhu. Wer könnte der Feind sein? Projekt. Wer könnte der Feind sein? Okay. Mussten sie dann so aussortieren, wer der Feind sein kann. Alle beschuldigen sich selbst oder alle anderen. Ja, super. Super Projekt. Wie kann man raus? Wenn die Olle dort vor dem Eingang sinkt, vielleicht gar nicht mal die übelste Idee? Genau. Möglicherweise, ne? Wo singt die Olle? War vorhin da, bei der Statue oder was es ist. Wo singt die Olle? Hallo? Ah, da. Ich sehe sie verschwommen. Da. Da sind sie. Kann ich die Tür überhaupt entblockieren? Wenn nicht, dann spielt es ja keine Rolle. Ja, ja. Geht nicht. Schaukelpferd. Ein Schaukelpferdchen. Alles klar. Schön. Wunderprächtig, wunderprächtig. Batterien. Hat sie auch keine mehr. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Laden wir noch kurz die Kamera nach. Ich würde sagen, wir beenden die Folge für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüssikowski. Ciao. Tschüssikowski. Ja, Pirine. ASGinhe 2 2 1 3 3 4 4 5 5 5 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Hey, der Outsider! Hey, der Outsider!